Ina und Nessie von Kuleontur wagen den nächsten Schritt. Nachdem Ina im Sommer vergangenen Jahres einen Schlaganfall erlitten hatte, musste das Ehepaar eine schwere Zeit durchmachen. Heute ist Ina auf dem Weg der Besserung und kämpft sich Schritt für Schritt in ihr altes Leben zurück. Das alte Leben stellt jetzt aber auch etwas Neues bereit. Ina und Nessie haben sich ein Haus gekauft. Auf Instagram verraten die Eltern einer kleinen Tochter jetzt. Im Mai 2022 hatte es endlich geklappt. Wir haben einen Kreditvertrag bei der Bank unterschrieben und uns unser eigenes Häuschen mit Kredit gekauft, welchen wir monatlich abzahlen werden. Das einzige Problem. Es ist nicht barrierefrei. Doch davon wollen Ina und Nessie sich nicht unterkriegen lassen und ihr neues Zuhause bis zur Fertigstellung in den kommenden Monaten nochmal umgestalten. Dieses Projekt wird uns bestimmt etwas aus dem Krankenhaushalttag holen, sind Sie sich sicher. An dem Tag, an dem die Influencer im vergangenen Jahr zuletzt gemeinsam in ihrer baldigen Bleibe zusammengestanden hatten, werden Sie sich wahrscheinlich Ihr Leben lang zurückerinnern. Es ist der 12. Juli gewesen. Genau an diesem Tag sei Ina aufgrund ihres Schlaganfalls auf der Intensivstation gelandet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017